... Musik ... Was weiß ich? Aua! Anzei! mein Questgeber sagt ich muss sich töten, wat? wer bist du? ich töte auch Leute ohne, dass ich dir ausgabe warte mal, ist gar nicht hier, was hat denn? ok, ich muss Haribo essen was ist nicht jetzt da in der Stadt? ich auch Trolley ist genauso eine gute Marke wie Haribo wat? wer hat dir das denn erzählt? Gute Nachtgeschichten deiner Mutter oder was? es war einmal Trolley und dann wurde es Haribo, wat? die Schlauze und genießt da was sagt denn? wenn hier Steinhaut egal, oh das ist ja schon, oh hier ist ein Wolf verdammt verpiss dich du Töle das ist aber keiner wir sind hier gleich bist du nur du, ja? ich wusste es wenn du ihn ankreist bist du nur du da ha die Haribo, sie sind hier der Lochgeruch an diesen Bein hat den ganzen Schwarm angezogen wir müssen dieses wieso uns beiden nicht die Dachbewohner und ich verstecken uns vor dem dauern jetzt waschen oder wat? ich will die nicht waschen danjel du wäscht die oder ich glaub wir sollen die waschen jetzt kommen hier wieder alle möglichen Spiele Ich will den nicht beim Waschen zusehen. Will ich aber. Der Daniel, der geht nicht mit dir ein. Der gestrickt den See. Wieso stehen wir denn hier, Alter? Aua. Lass die alten Männer waschen. Aua. Oh, alte Männer waschen, macht doch was denn Spaß, also mir. Wieso sind die jetzt immun, willst du mich verarschen, was ist denn anders als den? Ja, dann hab ich ihn, kann ich vom Himmel holen, die irgendwie nicht. Jetzt verrufen. Boah, hey, das ist die beschissenste Mission überhaupt. Irgendwelche Pisser beim Waschen beschützen. Du hast deine Stelle vergessen, der andere ist ja immer noch schwarz. Was heißt denn wir? Gehen wir zurück in das Haus. Ja, die eine von denen ist, bei euch ist verrückt. Der wäscht sich immer noch während er läuft. Das ist nur die, das ist gut, oder? Ja. Was? Was? Karl? Kann ich irgendwie so Trompeten oder so haben oder irgendwie ebchen? Ja. Findest du nicht, dass wir schon nervstöten Fluch sind? Ich geb jetzt Gitarre ein. Oh, dann hatten wir schon keine Gitarre in den Mitteln. Ja. Dann geb ich eh Gitarre ein. Passt weit weg. Ja. Ich war denn da nicht. Oh, ich war mir jetzt schon anzuspitzen. Oh, mein Sattel ist jetzt schon voll verklebt. Oh, mich juckt im Schritt. Schwimm, schwimm, schwimm. Wie der Wind. Was? Wie kann man denn wieder Wind schwimmen? Der Wind schwimmt doch gar nicht. Mein Wind schon. Du hast keinen eigenen Wind. Ich hab doch auch mein eigenes Feuer. Ja. Ja, aber... Ich würde euch hier nicht solche Down-Syndrom-Gesprächen mit dir. Ja, vertraut bloß nicht dem grinsenden Gesicht, ey. Guckt euch die Hörner von dem an. Darauf spießt der Kinder auf. Habt ihr das Schreien gehört? Dann ist er ein Angriffsschrei. Wenn er Kinder abschlachtet. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Kinder so die Haut abzieht und dabei so ein grinses Grinsen aufgesetzt hat. Und da so komisch schreit. Oh! So, geh da raus, die kämpfen hier, oder so. Was ist das, Gandalf? Oh, du hast jetzt die ganzen Eier. Ja, ich hab zwei. Und, wow. Ja. Ja. Ja, nur die nächsten. Ich hab auch Harpien-Eier. Jetzt muss ich mit der Schlampe hier reden. Mach mal, ich hab ein böses Wort gesagt. Ich geb die Eier bestimmt nicht frei. Die Harpien sind scheiße. Ah, ihr wartet, der die Bibliothek kaputt gemacht hat, damit ich das nicht mehr benutzen kann. Ich weiß, was hier passiert ist. Ganz bestimmt. Ich werfe dir einfach in den Brunnen hin. Ich mach mir ein leckeres Omelette. Ich kenn da so ein Rezept. Habe ich ein Eier-Omelette, was? Dann frisst du doch alles, ey. Eier-Omelette à la Norg. Wieso bringst du mich denn jetzt damit ins Spiel? Habe ich mit deinem Schwachsinn zu tun? Ich esse die Hörner von der Ziege. Das Fleisch lass ich biegen. Alle fragen sich nur, was soll denn dieser Wahnsinn? Das bringt die Ziege ja nicht mal rum. Ich auch. Ist ja echt anstrengend. Lass die Katze in Ruhe. Hast du irgendwelche Aggressionen? Ja, auch Errungenschaften. Errungenschaften. Das sagen alle, ey. Das sagen alle Kinderstädter. Wo bist du? In der Kiste? Was steht denn auf Solid Snake oder wann? Wieso kann ich die nicht benutzen? Ich will da auch rein. Lass kommen wir rein. Mach mal. Boah, jetzt sind wir beide in der Kiste. In dieser Satz raus kommen wir rein. Some vampire to bite me, I will pay. Man muss man auch noch dafür bezahlen, ey. Ey, mal ernsthaft, ey. Ist doch nicht so schwer, mal ein bisschen nett zu sein, ey. Und das sag ich, ey. Ich will doch kein Geld dafür, dass ich andere beiße, ey. Ich mach da alles Spaß. Renn dir die Ziege hinterher, ey. Das ist ein Schakal. Steh weg, du Töne. Der Daniel dreht sich um und wirft irgendwann nach dem. Ich bin vor dem Daniel bei der Kiste, ey. Lass mich überraten, der ist tot. Ne, Paul. Ich glaub, der ist tot, Daniel. Du stehst auf dem, geh vor dem runter. Ach, der wird sich schon nicht beschöken. Aber wir beinahe beerdigen. Alle sind am heulen, ey. Ja, und ich komm noch mit meiner Hüderkeule. Da hab ich mir das eigentlich nicht gedacht, ey. Wir wären irgendwie voll fehl am Platz bei sowas, ey. Wenn irgendjemand bei dir stirbt, dann lad mich mal ein. Okay. Bitte der Harpy um einen Ritt, wat? Ah, ich dachte, wir sehen jetzt wieder auf der Fliegen. Ja, schade. Au! Wat zum Teufel? Ey. Die Stampe, wat war dat denn? Air Harpy oder wat? Air Bitch oder wat? Ihr seid hier, habt ihr meine Tochter gefunden. So haben wir unsere Pferde nicht auch mitgeschleckt. Ach so, wat zum? Wat den? Die, ey. Ja, so eine Animation, als würde sie sich irgendwo gegenlehnen, nur irgendwie war die umgedreht zu dem Teil. Okay. Wird unser Fallschaden vom Wasser abgebremst? Eigentlich schon. Müssen wir nur mit dem Wasser landen, ne? Oh Gott, nein, nein! Oh! Ach ne, warte, mach. Das sah echt schmerzhaft aus. Haha, ich kann mich da wiederbeleben, einmal pro Stunde. Du Pferde. Na, warte. Na, warte. Na, warte, bist du dran? Ja, ich kann mich nicht wiederbeleben. Haha. Du triffst das Wasser schon. Ich sehe, nein, ich triff das nicht. Da ist Boden. Haha. Warte mal. Warte, ich komm gleich. Ja, ich warte hier unten. Ja, hier ist wieder eine Schlampe. Ja, hier ist wieder eine Schlampe. Warte, wo das ist die Schlampe. Haha. Was sanst du, oder? Boah, jetzt nimmt er den Pussyweg hier. Haha. Mann. Du kannst das nennen, wie du willst. Banzai! Oh, lass uns mal überlegen. Ja, ich hab mich wahrscheinlich genommen. Pussyweg. Du kannst mich mal umgehen. Wahrscheinlich nirgends mehr raus. Verdammt. Ist das scheiße? Ich öffne die Tür. Wir reifen mich an. Aua! Ah! What denn? Warum denn mich? Haha. Ich greifen die nicht an. Hey. Die greifen mich auch nicht an. Ach, Asch. Jetzt auch in einen Blick. Was? Was ist denn hier denn, zu Asch zu fallen? Ist das Schaden gemacht dann? Nee. Was sagst du denn dann? Aua, du Pisser. Wir werden einander jetzt in einem ehrbaren Kampf gegenüberstehen. Wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Dann muss er gegen den Typen kämpfen. Ja, der ist bestimmt sein Schwüler oder so. Oder sein Lacher. Ich hab keinen Heil. Ich bin ja ne. Ja, der nutzt diesen einen Stab. Da ist verwandeln kann. Damit hat er jetzt so ein Viech. Warte, nicht Metroidviech verwandelt. Von mir noch nicht, ey. Der ruft gerade irgendwelche Viecher an. Was zum Teufel? Ah! Wie seh ich denn aus? Das ist... Ich bin Skelett! Ja, ich auch. Nein, schon wieder. Nein, ein Schwein. Nein, schon wieder. Halt rein. Nein, schon wieder. Das ist anstrengend. Oh, der Gott, der lacht sich da ein, ey. Alter! Du bist da ein brennendes Schwein. In Ordnung, in Ordnung. In Ordnung, in Ordnung. Ich werde meine Sachen einsamen und gehen. Ballast der Fliebling. Du bist da ein brennendes Schwein. Ich bin schon beliebt dann, ne? Naja. Nein, doch, ey. Boah, ich muss erst mal eine Bananenobachtung essen. Während ich renne. Boah, das war knapp, ey. Der Daniel macht das voll locker fertig, ey. Tot. Alter! Ich mach gar nicht so viel Schaden wie du, ey. Dauert ewig, bis ich den... Ich wollte mich gerade heilen, da hat mich ihre Attacke getroffen. Ah, gegen die Knipsauger, die ist nervig. Oh Gott. Ja. Natürlich, die schon wieder... Alter, wenn ich ihn jetzt angeguckt habe. Da bleibst du hier. Ja. Geht auf dem muss, sehr gut. Oh, er macht das Schaden, Alter. Alter, diese ganzen Mungo-Fiecher, ey. Alter. Okay, das hab ich auch. Ah. Ah. Das, Alter. Das Vieh geht mir so auf den Sackteil. Ja, endlich kommt mal mein Begleiter, ey. Weil er kämpft meistens noch draußen gegen die Viecher. Ja, super, das bringt das voll. Nee, so werd ich das doch nie besiegen, Alter. Ich greif das kurz an und dann renne ich wieder ganz schnell weg, ey. Ah, was ist das? Was macht das viel mit mir? Nein! Heilen, 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 boah. Ich hab keine Magika mehr. Ich glaub, das Vieh heilt sich die ganze Zeit. Boah. Boah, wo ist denn mein Kameran schon wieder? Der ist schon wieder tot. Boah, Daniel, ich krieg das Vieh nicht. Ey, das heilt sich die ganze Zeit. Ich kann das Vieh nicht töten. Boah. He, he, he. Boah, ich krieg das Vieh nicht down, Daniel. Ey, jetzt heil. Ey. Jetzt erträgt mich auf. Boah. Ich muss die ganze Zeit dahin rennen und wieder zurück wegrennen. Bin ich tot. Stirb. Endlich. Halleluja. Oh Gott, jetzt verrieg ich, boah. Boah. Erträgt mich. Jetzt kommt auch noch der dritte Vieh. Wo ist mein Begleiter? Ernsthaft. Der hockt hier und kämpft vor. Ja. Ja. Manet. Ja. Malet. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020